So, nächste Runde, Schlachtfeld der Ewigkeit. Ich nehme den Achters. Bilanz des heutigen Abends, ein Lose, ein Win. Aber wir müssen noch, also wir sind jetzt wieder bei Null, aber wir müssen theoretisch noch die Loses des letzten Abends aufholen. Da sind wir nämlich minus drei rausgegangen. Und heute, nee, Quatsch, zwei Wins, ein Lose. Na gut, dann müssen wir noch zweimal gewinnen, dann sind wir wieder bei Null von letztem Mal und heute. Es wäre schon schön, noch zwei Wins rauszuholen. Bis zum nächsten Mal. Deiner will spielen! Alle werden leiden! Aurel Waller! Long time no see! Okay! Okay! Ich bin echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Okay! Inherent. Ich bin echt glücklich! Jetzt ben. Der Ruhm ruft uns. Oh. Das wäre eine schöne Runde gewesen, wenn die nicht gelieft wären, die gehe ich schnappen. Arthas 30 Wins, 10 Niederlagen, ist eigentlich ein ganz guter Schnitt, Team Liga, aktuelle Season 75, 75 auf Anub, 75 auf Daikis, mit die vom Malta El auch nicht übel, ja, von einigen Nullnummern hier, wobei ich die dann auch meistens nur eine Runde gespielt habe, also, kann man das gar nicht so sagen. Schauen wir mal, wie das wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben eine Sammlung, ne? Wird mal Zeit. Los, see yous! Wenn ich mal ein bisschen shoppen gehe hier. Ich habe ja noch Splitter. Ich habe ja noch eine Sammlung. Ich habe ja noch eine Sammlung. Ich habe ja noch eine Sammlung. Show me. Deckard. Kann man eigentlich kaufen, wenn man... Das probiere ich mal mit einem Emoji aus. Oh, es geht. Krass. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben ja gesehen, dann wartet man ewig, dann geht es endlich auf, dann bricht irgendwer ab, das kommt halt auch noch dazu. Ja, es ist schon blöd. Kann ich verstehen. Vielen Dank. 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 Ich höre den Ruf. Fünfer Pre-Made. mit Diamond Dude dabei. Schauen wir mal. Wie das wird. gut. Es kann nur einen Lichtkönig geben. Es kann nur einen Lichtkönig geben. Nein. Die Schlacht beginnt in zehn Sekunden. In der Zeit. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Kämpft. Komm, tötet sie. Tötet sie. Ah, unser Kälter ist gestorben. Oh. Okay, jetzt sterben wir alle. Alles klar. Ich möchte auf jeden Fall nicht so gerne... Ja, soll der Leoric. Ich möchte nicht so gerne gegen Phoenix lenen. Der stackt sich bei mir hoch ohne Ende, soll der Leoric das lieber machen. Neeein. Neeein. Ah. Ah, jetzt muss ich gegen Phoenix, ne? Ich seh das schon. Den haben wir das Stack-Talent genommen. Na. Sehr, Red Tool. Ja, aber gegen Phoenix ist echt blöd, für mich, aber egal. Wir haben unsere Trieglas-Protektoren für das Schafgeschehen im Nektus angepasst. Machen Sie sich bereit für einen Fest. Ich bin kein Fan von dem Setup. Ich finde es nicht gut. Ehrlich gesagt. Oh, ja. Ich will euch zeigen, was Rache ist. Was? Hat er den noch gesaved, Alter? Ich komme nicht mehr klar. Ja, tschüss, Leoric. Und der nächste down. Ach, das ist einfach kacke mit Seratul. Das war doch klar. Ah. Bestes Team we drafted. das sieht jetzt so aus wie die runde davor wo wir die gegner einfach in zehn minuten überrannt haben jetzt überrannt überrennen uns die gegner kannst nichts machen der leoric stirbt ununterbrochen kann nichts machen schlecht na ist das team ja leoric möchte noch mal sterben jungen wie bad die sind ist doch nicht mehr normal das sechsmal gestorben oh fernsey Diese Welt wird ein Ende für uns. Läuft nicht gut. Komm. Was? Tötet ihn doch. Aaaaaah. Kein Diener des Lichtkönigs. Stimmt wirklich. Nicht gut. Ätzendes Setup, ey. Mit Leo, Rick und Seratul. Boah. Ja, mal gucken. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder. Green Benzy, no! Benzy, no! Ja, das hat ja wenigstens mal einigermaßen geklappt. Ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich zurückziehen. Welt ein Talent. Der Zahn durchfließt mich. Ich bleib hier erstmal schön drauf stehen. Dichards? Ja geil, alle sterben schon wieder Ja Bei 99 Das war schön Ja gut, das war schön Mit Leoric Gefängnis Und Stukov Silence Feld Das war nice gespielt, muss man sagen Alter Schwede Ich hab das Gebäude schon eingefroren Und wir kriegen so die Hucke voll Wir kriegen nicht mal zum 4down Ist der denn gestorben? Nein Nein Blutrausch So 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 Zeit für einen Soliten! Unser Gegner hat ein Vor vernichtet. Eure Verschwinden sind verdammt. Alter! Ihr werdet wieder auferstehen. Ein Sklave. Das ist ein Scherchen. Ja, das ist schon eine große Details. Das ist ein Scherchen. Er ist ein Scherchen. Okay. Alter, Alter, ich werde so weggepumpt, ne? Ich kriege auch irgendwie kein Neal oder irgendwas. Ich gehe zurück. Nein! Das ist so sinnlos Das ist so sinnlos mit Seratul, ehrlich Sie erleben die Macht des Protektors gleich unternehmen. Machen Sie sich bereit Unser Fumor ist gefangen Unsere Zitadelle wird angegriffen Die Schocken werden nicht 97 Er wird nicht bemerkt Aber die Schocken werden nicht alle sie erhalten Sie werden zuerst Aber das ist so sinnlos Alles ist gut Für unsere Stange Die Schocken Die Stange Das war's für heute. Alter, das ist so ein Witz, Junge. Ja, okay, wir waren ganz kurz im Vorteil, aber naja. Dann haben sich die Leute entschieden, nicht mitzukommen. Dann haben sich die Leute entschieden, nicht mitzukommen. GG. Hey, jedes Mal der Naseboy, Junge. Leori kann nichts machen. 13 Tode. So skil ich den Kälter so noch am liebsten. Tschüss, Seratul. Boah, ich hasse das, ne? Klar, Seratul kann auch gut sein. Leori kann auch gut sein, aber ist es halt meistens nicht, ne? Und dann kommen die noch in Combo vor. Und ist halt kein wirkliches Target auch für Seratul. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und... Wir haben den Phoenix geskillt. Niederlage. Ja, interessant. Ja, war ne Nullnummer heute. Schade. Schade. Naja. Naja. Spielüberblick heute, wie gesagt, zwei Losers und zwei Wins. Oh, mein Gott. Ich bin in der Nähe des Zersen. Oh, mein Gott.